Okay Impostor mit Quinn. Gut. Gehen wir mal rein. Fix wiring, inspect samples. Gut. Und ja, ich habe jetzt extra nicht gekillt, weil. Das ist mit zweien halt echt so übel. Mit zwei auf sieben ist halt echt übel, das wie man vielleicht gerade... Ja, aber wir warten ja, dass wir gerade einen achten kriegen und ich habe keinen Bock noch mal ein Lobby wieder neu aufzumachen, damit ich sie gleich wieder schließen kann und noch neu aufmachen kann. Ja, ja. Ich habe nur einen Kill gemacht tatsächlich. Ich habe zwei gemacht. Ich war der Final Kill. Nein, Johannes, ich hatte keinen Kult und ich habe dich leben gelassen, ja. Ich habe Niklas oben in Weapons getötet und danach, ja, sie unten in Shields. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Der antwortet mir nicht! Der antwortet mir nicht! Ja, das weiß ich! Also ich will mal kurz anmerken, die Runde war maximal zwei Minuten. Wir stellen ja neue Rekorde in Rundenschnellen auf. Ah, nur wenn wir die Regierungsgeschäftlichkeit hochstellen, können wir das noch verbessern. Stimmt nun auch wieder. Ich mache neue Lobby auf. Ich mache neue Lobby auf. Das beispielsweise ich auch jemanden, der aggressiv als ein Toster spielt. Komme sofort, bin gerade noch auf der Toilette. Fick dich einfach nur ab. Aber ich meine, ich bin gerade eh abgestürzt, von daher ist eh egal. Das ist Tropf, das ist Tropf dem Geil. Oh, herrlich. Hallo? Ja, wir hören dich noch. Ne, meine Mongas wurden nicht so gestanden. Gut, zwei Impostor. Der neue Code ist KLD. KLD. Ja. PBF. Kein Q? Nein, kein Q. Bin auch enttäuscht. Also KLD. PBF. Penisbrüste. Flora. Das ist sehr unschuld, das ist sehr schnell geworden. Hehehehe. Peten? Ah, Zertrick fehlt noch. Alle so müde hier. Hier ist jemand. Also irgendwie hab ich das Gefühl, ich hab wieder den Code falsch verstanden. K wie Klein, L wie Linus, D wie Bora, P wie P ist, B wie Brüste und F wie Flora. Okay. Come on, Elkenabend. Überhaupt nicht wollen würde ich, wenn man das Erste, das Erste muss man hören, P wie P des ist. Der Wester für mich wurde hier gar nicht lang pisst. Für dich auch noch mal den Code. Schon verschickt worden. Du, das Code. Oh, okay. In weiterer Voraussicht. Wieso, wolltest du nicht nochmal drastisch abieren? Kann auch noch mal, also... Anders Klietukes einfangen, Lümmel, Dick, Penis, Brüste, F fällt mir los nicht ein. Fuck. Ja, gut. Fotze. 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 Wir sind auf ein A. Fotze. Ja. 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 Das Niveau ist mir wieder ganz hoch heute. Aber naja, das ist halt so manchmal... Achso. K. L. K. L. L. D. B. P. P. B. Und F. F. D. 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 Jetzt sind die SEX- Okay da kann ich gestanden, sehe ich jetzt richtig? Jo. Jo. Huie. Huiee! Huiiiii! Oh nein! Huiexx. Doch. Hush, Eltern, das wird eine lustige Runde. Jo, also ich bin rausgeflogen, weil unser WLAN wieder abpackt. Hat sich ja gelohnt, dass ich dafür meine Farbe aufgebe. Außerdem... Der ist nicht mehr Abschluss von Simon Says! Also ich hab Johannes gerade gefunden. Der war vorher bei mir in Electrical, da musste ich drei Aufgaben machen und dann wurde... Der liegt im Übergang... Der liegt Übergang Storage zu Coms und Shields. Coms und Shields, okay. Okay, ich war gerade in Shields. Link, was hast du rumgeschrieben? Ich hab Electrical... Was hast du gerade geschrieben? Ich war gerade in Shields gewesen. Ich war Neff. Ich war Neff. Ja. Schön! Wer hat gemeint, dass er gerade in Shields war? Ich. Ich. Dread. Niklas kam ja auch entgegen. Ja. Ja. Also... Wer jetzt? Wen boten wir? Irgendwann müssen wir boten. Obvious. Ja und... Irgendwann müssen wir boten, ansonsten sind wir tot. Holy Shit. Es sind halt drei Leute tot. Das ist... Wir müssen irgendwo... Ja, nein... Das... Da spielen wieder welche sehr aggressiv. Ja, dann würde ich sagen... Dunkelblau, oder? Äh... Ja. Dann würde ich sagen Orange. Wieso ich? Wieso ein Quim? Wieso ein Quim? Wieso ein Quim? Ich fand nicht was... Na... Du traust mir nicht? Was hab ich dir je getan? Ich hab jetzt extra Niklas damit... Damit... Siehste? Dann... Dann trau mir... Ich hab dich noch nicht getötet. Damit Niklas safe ist. Damit er das... Damit er das machen kann. Das war extra so... Alter Niklas... Das hätte da wahrscheinlich nicht sein müssen, aber gut. Egal. Hm. OXYGEN... Aha. Das Problem ist... Das bringt nichts, weil die jetzt da... Ich bin gerade bei Admin reingegangen und hab da... Das war dein Trotter. Das war dein Trotter. Äh... Sorry. Ich war gemütet. Ich hab gar nicht gesagt. Ich bin über Upper Engine Cafeteria Weapons gelaufen. Ja, ja. Das tritt nicht. 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 Das sind eure Argumente. Also die Verteidigung, bitte. Ja, wie soll ich das denn so schnell machen? Bin jung. Ja, keine Ahnung. Das kann das ja nicht sein. Selfreport. Selfreport könnte ja... Ich kam gerade von React und hab grad diesen Zahlen-Dings Pass gemacht. Und dann bin ich, ähm, als O2 angegangen ist, Richtung Admin, um es da auszuschalten. Und dann lag es selbst schon da. Also ich kam gerade an und, ähm, der Alarm war aber schon aus. Ja, ich... Es könnte aber auch... Es könnte aber halt auch ein Vent-Kill sein. Kann man von da... Ist da überhaupt eine neue Vent? In Admin ist ein Vent. Ja, in Admin ist ein Vent. I don't know, ich denke, dass es Niklas ist. Ja, ich denke, dass es Selfreport. Also Quint, dich nehm ich raus, so. Du kommst komplett aus. Aber ich sag, es ist Selfreport. Also Niklas hat... Es war nicht gut. Ich weiß, dass ich es nicht bin, deswegen... wirst du es wohl. Es ist... Es war so... Ich hab's befürchtet gehabt. Schade. No. Tut mir leid, Cedric. Ich muss dich verkaufen. Ja. Er ist tot. Niklas, könntest du mir mal bitte... Bitte... Wieso du... Ich hab dich nicht gesehen! Wieso du die leichten... Wieso du die leichten... Wieso die leichten Report hast, mit der ich dir den Arsch gerettet habe! Ich hab dich nicht gesehen! Ich hab dich nicht gesehen! Ich hab Johannes gekillt, nachdem... ...nachdem... ...nachdem du... ...du... ...du das unten... ...im Storage gekillt hast... ...und ich hatte die ganze Zeit Schiss... ...weil ich nicht... ...weil ich nicht... ...weil ich... ...erwischt haben! Das ist die Shortkill Distance. Das ist die Shortkill Distance. Ich hab echt so gesagt, die... ...Kill Distance auf Short sitzen! ...über fünf Stunden zusammen gespielt haben... ...und so mittlerweile weiß ich, wie es sich anhört, wenn Jasmin lügt... ...also... Wir haben viel zu viel gespielt, was? Niklas, das war echt ärgerlich! Nee, das war die Leiche, mit der ich dir den Arsch gerettet habe, weil... ...weil ich die ganze Zeit befürchtet hatte, dass Johannes die Leiche reportet, die du eben... ...storys gekillt hast! Hätt ich dich halt gesehen gehabt, die ich reportete! Ich dachte so, okay, so kommst du halt raus, so... ...ich hab dich im Vent vorbeilaufen sehen... ...ich war im Vent, bin dann rausgekommen... ...und bin dann unten zu Shields gelaufen! Ich hab nicht gesehen, das hab ich nicht reportet! Ja, weil ich halt im Vent war, das war halt trotzdem... ...einfach... ...unlucky! Weil das halt wirklich die Leiche war, mit der ich den Arsch gerettet habe im Grunde! Kann man den Code geben? K... ...K... 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 Das war gut gewesen, das war gut gewesen, dass ich da die geschlossene habe. Dann bin ich dann rüber zu kommen, sobald ich da auch noch einen Tagstag habe. Wobei, ich weiß nicht, wie lange die Leiche da schon liegt. Moment, 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 Moment. Die Leiche könnte ja auch schon länger da liegen, ne? Und, 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 die Tückise kam von oben. Das kann auch die Tückise sein. Die haben uns, glaube ich, zwei Minuten lang komplett durchgehend gesehen. Ja, genau. Also, ich bin dann nämlich zurück. Man könnte eigentlich nur Lila und Tückise sein. Ich weiß nicht, wie lange da oben liegt und vor allem Tückise kam von da oben. Und Tückise kam von da oben. Scheiße. Ich kam halt von Reaktor, hab da meine Task fertig gemacht. Wollte dann, wie gesagt, von da aus halt runterkommen, Light fixen. Weil ich quasi selbst nicht am Ding abbrechen wollte. Es war über Reaktor. Ja, genau. Ja, das kann man ja eben schon abwiegen oder in Rona laufen, ist ja kein Problem, ne? Und du musst ja nicht mit dem Reaktor sagen, ich kann auch sagen, dass das Reaktor war. Also, sie muss ja keine Quest im Reaktor gemacht haben, sie kann einfach sagen, dass sie da war. Ja, das stimmt, Alter. Kann natürlich sein, aber wie gesagt. Jenny, was hast du gemacht, nachdem wir im Storage waren? Was hast du danach gemacht? Äh... Ich bin rumgerannt. Ich kann's nicht genau sagen. Wir müssen voten, ich vote Tückis. Oh, das ist gef... Damit... Ach, scheiße. Bitte? Yes! Tut mir leid, ich hab echt noch versucht, dir dazu helfen, indem ich die da ausgesperrt habe. Ich hab mich rausgewandet und exakt in dem Moment kam er. Als ich ein Rauswenden gedrückt habe, war er noch nicht da. Das war das Problem gewesen. Und ich wollte halt aus dem Vent raus, damit halt mein Timer-Cooldown runtergeht. Oh, das ist das Problem, wenn er mit Loot spielt. Carl, B, B, F. Carl, D, B, P, F. Der war doch irgendwas, aber der war doch, dass ihr hört. Die Fotze kam, der Peniskamor hinstieg. Der Peniskamor hinstieg, der Peniskamor hinstieg. Der Peniskamor hinstieg, der Peniskamor hinstieg. Der Peniskamor hinstieg. Nein, Paula Bernhard Ficken. Paula Bernhard Ficken. Parkett, Baguette, Franzose. Ich will da drin. Naja, dass du drin bist, das merk ich. Bitte lass mich diesmal... Du merkst die Indie? Bitte. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich versuche jetzt diesmal, möglichst safe zu spielen, das. Nope. Ist ich denn nicht? Sorry. Hallo, kann ich? Security, gut. Da sehe ich gerade keinen. Nein, den kill ich jetzt nicht. Das wäre zu offensichtlich wegen Savarin dort. Also, irgendwer hat mich gerade in Lower Engine eingesperrt. Okay. Also, ich habe dich da gesehen, die kam gerade von oben, da ist die Tür zugänglich. Wo liegt die Leiche? Die Leiche liegt in Storage und den einzigen, den ich liegt in dem selben Frame sehe, ist Tread. Okay, ich stehe gerade neben Pink Chan. Ja. Pink Chan hat gerade Müll gemacht. Also, die stehen genau in Storage. Also, die stehen nebenbei und recht zu Storage. Ich bin halt gerade auch direkt am Müll. Also, dass das angeht... Also, können es quasi eigentlich nur Blau und Pink sein. Ja. Also, du Jörn das selber. Pink habe ich nicht gesehen. Also, ich... Ich habe dich auch nicht gesehen. Ich habe halt Pink Chan gesehen und bin dann halt an die Task gegangen, um den Müll rauszuwerfen. Ja, ich bin von Reaktor, bin ich runter in Electrical, weil ich da einen Task hatte und von da aus bin ich dann zu Storage, um den Müll zu machen, direkt untenrum. Und Patrick, wo kamst du her? Ja, Pink habe ich den Reaktor auch gesehen. Ich kam eben von Electric. Ja. Also, ich auch. Also, ihr wollt mir beide erzählen, dass ihr da vorbeigerandet seid und die Leiche nicht gesehen habt. Nein. Ich habe keine Leiche gesehen, sorry. Ich habe keine Leiche gesehen. Ich bin dann direkt nach rechts unten in Richtung, wo man den Müll rauswirft. Ja, ich auch. Also, ihr hättet beide die Leiche sehen müssen. Ihr hättet beide die Leiche sehen müssen. Ich komme nicht genau aus dieselben Richtung. Ich war auch kurz abgelenkt, weil ich gerade nochmal extra angerufen wurde und den Anruf halt ablehnen musste. Ich glaube, dass es so dunkelblaues mehr saß. Ich sage, wir wollten ihn als erstes. Also, entweder sind es beide. Hey, das ist gemein. Oder beide sind einfach dumm. Oder jemand hat einfach so viel Schade. Ey, ey, ey. Niklas, was erwartest du bei mir? Denkst du etwa, dass ich dumm bin? Also, ich bin bei Quinn. Ich gehe auch für dunkelblau. Ich gehe auch für dunkelblau, weil das ist da, den habe ich auch direkt gesehen. Dass ich dumm bin, ist übrigens nichts Neues. Wir kommen in der Runde. Ich bin nicht um dich. Wollen wir Pink direkt auch rauswoten? Ah, nee. Das war so ärgerlich. Aber ich hatte versuchen, ein bisschen noch zu killen, aber bin ich direkt in die Leiche reingelaufen. Das war so ärgerlich. Das ärgert mich. Echt, dergmaßen. Das kann aber echt nicht wahr sein, wie ich halt schon wieder im Poster bin. Also, das kann ja auch langsam nicht mehr ein Poster-Bug sein, weil ich bin jetzt so oft schon, also wir haben jetzt so oft die Lobby quasi gewechselt, das ist, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also, sie dürft, sie darf jetzt nicht Pink-Chan. Jawohl. Storage. Es ist nicht Pink. Es ist nicht Pink. Nee, also, Quinn hab ich eben auch gesehen, der kam nochmal so um die Ecke, um zu gucken, was ich mache. Er war oben bei U2 und ich hab extra nochmal geguckt, weil Pink hat mich töten können, das ist nicht Pink. Ich hab letztendlich keinen gesehen. Also außer Severin. Der ist runtergerannt und das war's. Ja. Ich bin mit Schwarz halt zurück zum Mid-Bay. Dann zur Upper Engine rüber und dann wieder zurück zum Mid-Bay und warte, ist dann mal der Task, also die Karte Kaffee fertig ist. Also, bleibt nur noch eine logische... Ja, genau, Frauen hab ich beim Mid-Bay gesehen, das wird bestätigt. Also ich denke, es ist Panda. Ich glaube auch, dass es Lila ist. Warum ausgerechnet ich? Ja, weil du nix sagst und sich keiner gesehen hat. Weil du nix sagst und sich keiner gesehen hat. Ich bin immer ruhig. Weil du nix sagst und du einst, dass ich kein Alibi hast. Was hast du denn gemacht, die Runde? Oh, das ist halt... Das ist halt echt härgerlich. Was hast du gemacht? Ich hab Tasken erledigt. Welche? Ja, welche Tasks musst du dann sagen? Das ist das Problem. Oh, scheiße. Oh. Ah, sie ist tot. Ich muss Müll am Weg bringen. Ich mute mich mal kurz, weil ich muss gerade zum neuen Betreuer. Ja. Ja. Ich muss Müll am Weg bringen und bin wieder rumge... Zum Betreuer? Keine Ahnung, hab vor, dass es hier noch ist. Egal. Schade, das war echt... Wie man sieht, eine Runde voller Noobs und ich bin jeder Obernoob quasi. Äh... Das war so ärgerlich, dass ich da mitten in die Leiche reinlaufe. Ich hab... Ich hab den Kill nicht gemacht. Ich bin da... Ich bin da in die Leiche reingelaufen, hab gesehen, dass unten pink war. Wollte dann zu pink hinlaufen, um sie dann zu killen. Und in dem Moment bin Johannes oben links bei mir in der Ecke rein. Das war so böse. Das war so bitter. Ne. Ach nein. Ich war nicht der Mörder. Ja, das hat dich reported. Das war halt so... Das war dann halt so das Ding. By the way, pink... Ich war der Mörder. Aber trotzdem war ich wieder Imposter. Das hat mich so... Ich war der Mörder. Ja, Panda, wir wissen, dass du der Mörder bist. Ja. Du hättest kein anderer mehr sein können. Der Mörder. Das ist auch sehr häufig der Mörder. Ein echt häufig der Mörder. Ja, und... Zwischenzeitlich hab ich an den Imposter-Bug gedacht, aber wir haben dafür oft genug eigentlich schon die Lobby gewechselt. Also... Oder war ich jetzt seitdem wir in dieser Lobby sind, jedes Mal Imposter? Nein. Ich glaube einmal nicht. Ne, dann kann... Dann ist es nicht dein Imposter-Bug im Normalfall. Aber trotzdem... Ich möchte auch mal Crew-Mate sein eigentlich. Möchte mal Leute töten. Ich bin froh, die ganze Zeit Crew-Mate zu sein. Ich kann nicht lügen. Ich wusste... Es ist interessant, dass ich bisher auch noch nicht lügen. Ne, du hast... Ne, die Wale, wo du Imposter warst, hast du auch keinen Kill gemacht. Doch, einmal den letzten. Ja, dann... Ja, stimmt. Das war ich dann. Bin aber nicht recht ins Sinne. Ich kann auch nicht lügen. Bei mir merkt man, wenn ich Imposter bin. Ich glaube bei mir aber auch. Gut. Dann mach ich Go, ne? Dann mach ich Go. Ja. Si, Senor. Also es kann sein, dass ich ganz kurz einmal weg bin. Also wenn ich irgendwo afk rumstehe, dann kommt Pizza. Dann bist du Imposter. Wenn der ja auch immer Imposter ist, hört mich bitte vor. Als erstes, meine Playlist ist gerade ausgelaufen und ich muss neue Musik anschauen. Ah, klar. Pinkshell ist rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Pinkshell ist bei mir rausgeflogen. Okay, ich weiß den Code nicht mehr. Sag ich dir gleich, wenn brauchst du den Ausbrunnen. Okay. Ich hasse es. Also ich habe eben kurz gedacht, dass Valion ist. Oh fuck, ich bin tot. Oder? Fuck. Oh, ich kriege das gerade nicht hin. Das ist nicht gut. Oh, Puh, Glück gehabt, ey. Das ist echt. Fuck. Ich wusste es. Als er da reingelaufen war, wusste ich es. Scheiße. Deshalb bin ich auch rausgegangen. Ich wusste es da. Scheiße. Ich wollte dann weg, aber... Mist. Ich hatte kurz Johannes für den Impostor gehalten, aber... Nope, der war es nicht. Okay, es ist braun. Es ist Johannes. Wieso? Ich bin aus Elektrix raus. Johannes ist reingegangen und hinter ihm ist Link reingegangen. Und ich bin gerade nochmal reingegangen und Link war tot. Und Johannes ist nicht mehr da. Heißt, Johannes hat Link getötet und ist rausgewendet. Oder ist rausgegangen. Rausgegangen. Ja. Aber das ist ziemlich sicher, Johannes. Also ich kann Quinn, äh, proven. Ich habe leider so gut wie gar keinen gesehen die ganze Zeit. Ja, so gut wie gar keinen. Dann hast du gesehen mich. Weil ich gesehen habe, dass er auf K in Admin stand. Oder zumindest sich nicht bewegt hat. Grüß dich. Und ich, äh, äh, Panda ist hochgegangen und ich war so leid, dass die jetzt killt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Johannes Impostor war, dann geht die Runde weiter. Wenn da kein Impostor war, dann ist sie jetzt... Bye bye. Okay, er war Impostor. Gut. Dann kriege ich vielleicht ein bisschen Übung mit den Tasks hier auch, wenn, mal. Wie, komm. Das kann nicht. Das ist... Ach, komm. Wieso? Ich kriege das aber echt nicht für eine... Hey. Aber ich wollte mal ein Kabel haben, der mir besser gefallen. So. Pfe. Gut. Es war trotzdem nicht gut alles. Komm. Einmal. Okay. Die sind... Okay, Security ist noch meine letzte Task. Dann habe ich meine Tasks auch alle fertig. Dann bin ich zumindest nicht mehr der Grund, weshalb wir verlieren sollten, wenn... Okay, das ist Quinn. Die Frage ist... Okay. Okay, es ist Seth. Ich war gerade... Also ich weiß, dass es Panda nicht ist. Ich habe sie gerade entdeckt. Ich wollte gerade den letzten... Pass. Pass. Noch. Erledigen. Ja, ja, nee, Panda. Ich weiß, dass du es nicht bist. Okay. Weil du hast mich bei uns zukillen können, beziehungsweise nerf, wo wir beieinander gestanden haben. Achso, ich bin... Ja, sehr kompetent von mir. Ja, ein bisschen. Deine Verteidigungsrede war sehr professionell. Das war genau wie bei mir auch unlucky. Ja, ich weiß es nicht. Das war wirklich Zeitraum. Wundervoll. Ich will... Ich will mal anmerken, ich war nicht Imposter gewesen, dieses Mal. Wir sind zwar nicht mehr zusammen rumgelaufen. Ich habe nur meine Tasks fertig. Und habe ein paar Räume nach und nach gecheckt. Und wir waren beide in den Autoroben. Und ich bin dann durch Kev durch und habe sie in Admin nochmal gesehen. Und wusste halt, dass sie dann unten rumgegangen ist. Sie war nicht da. Danach war ich in Electrical. Und als ich rausgekommen bin, sind wir sozusagen zusammen bei der Leiche angekommen. Ja, irgendwie. Ja, ist halt so. Und du kamst von oben, oder warst du okay? Wann eben einer den Code durchgeben? Ich kann es nicht. Du weißt einfach, wie ein halt einmal komplett in den kompletten Kreis gelaufen ist. Also, der lag ja schon. Leute, ich sagte gerade den Code K-L-D-P-B-S. K-L-D-P-B-F. Moment, was? K-L-D-P-B-F. Ah, so rum war es. K-L-D-P-B-F. K-L-D-P-F. Fällt nicht an, oder? Ich sag das hier in meinem feinsten Deutsch aus. Mit meinem feinsten, stötterfreien Deutsch, der sich irgendwie auf die Reihe kriegt. Du, du saßt vorhin einfach auf dem Blumenkoppel und hast mich mega erschrocken, weil du runtergefallen bist. Die Knappse, Alter. Aber jemand fehlt auch noch im Discord. Ähm... Ähm... Geh einfach einmal auf den Call raus und schreiben wieder. Passiert bei uns, wenn wir bei Discord. Äh, wir sind ja in keinem Call, wir sind ja im Stofficeur. Okay, ich war gerade noch gemutet, okay. Äh... Äh, wir sind ja im Stofficeur. 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 Vielen Dank.